Hallo, heute Willi Herren, sein Leben. Willi Herren machte sich vor allem als Entertainer einen Namen. Als Schauspieler, Ballermannsänger oder Teilnehmer in zahlreichen Reality-TV-Formaten lieferte die kölsche Frohnatur stets einen ziemlich hohen Unterhaltungswert. Bekannt wurde Herren mit seiner Rolle in der ARD-Serie Die Lindenstraße, in der er 170 Mal mitwirkte. Zudem hatte er regelmäßig Auftritte als Partysänger am Ballermann auf Mallorca. Herren hatte mit Alkohol und Drogensucht zu kämpfen, 2008 ließ er sich bei seinem Entzug von TV-Kameras begleiten. Erst im März hatten Willi Herren und seine Frau Jasmin ihre Trennung bekannt gegeben. Er hinterlässt außerdem einen 27-jährigen Sohn sowie dessen einige Jahre jüngere Tochter Alessia. In den letzten Jahren nahm er zudem an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. 2004 war er Teil der zweiten Dschungelcamp-Staffel auf RTL und wurde dort auch Dritter. Ebenfalls den dritten Platz belegte er beim Promi Big Brother im Jahr 2017. Zwei Jahre später nahm er mit Ehefrau Jasmin am Sommerhaus der Stars Teil 2020, war er in der RTL 2-Reality-Show Kampf der Reality-Stars und bei Temptation Island VIP zu sehen. Zur Zeit läuft noch das Format Promis unter Palmen, an dem Willi Herren ebenfalls mitwirkte. Vor einigen Tagen noch hatte Willi Herren Willi Herrens Reifkuchen-Boot einem mobilen Reibekuchenstand präsentiert. Mit dem Foodtruck wollte er seine finanziellen Einbußen als Partysänger ausgleichen. Zur Eröffnung kamen damals auch zahlreiche Prominente und Begleiter aus TV-Formaten. Ja, was sagt ihr zu dieser absolut traurigen Nachricht? Schreibt mal eure Lieblingserinnerungen oder euren Lieblingssong von Willi Herren darunter in die Kommentare. Mich hat diese Nachricht sehr geschockt. Und damit verbleibe ich und ciao.